Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal, Unser Haus in Kanada. Ich bin Mirko, ich lebe in Kanada und ich ziehe jetzt um. In dieser kleinen Bruchbude habe ich jetzt fast vier Jahre lang gelebt. Ein Einzimmerraum in der zweiten Etage eines Apartmentkomplexes. Und das muss jetzt alles in mein neues Haus. Recht übersichtlich. Kleine Einbauküche mit Kühlschrank und Herd. Da hinten ist das Bad. Kleiner Kleiderschrank. Da stand immer ein Esstisch. Hier stand mein Bett. Und dann hier noch die kleine Arbeitsecke. Kaffee ist auch am Start. Also kann es losgehen. Ja, ich muss jetzt noch ein Auto abholen. Ich habe mir einen U-Haul Transporter gemietet. Den hole ich jetzt gleich ab. Die Vermietstation ist hier auch in der Straße. Das ist gar nicht so weit. Und dann kommt mein Ex-Kollege Heiko vorbei. Und dann geht's los. Im Prinzip wird das ja jetzt das 1000 Abonnenten Spezial, oder? Ich habe es doch wirklich geschafft, ohne ein einziges Video zu veröffentlichen, schon über 1000 Abonnenten zu haben. Also, ihr kennt mich ja alle schon. Hallo! Mein armer kleiner Taro. Da drüben steht er schon. Juhau! Und so sieht dann ein Umzugswagen aus. Aus Film und Fernsehen bekannt. Der hier kommt aus Arizona. Juhau! Das war's. Und immer genug Wasser dabei haben. So Leute, hier habe ich vier Jahre verbracht in dieser Mockenbude. Vier Jahre lang habe ich hier gelebt. Da oben habe ich gewohnt. Und das war's. Hast du aufgeregt? Ich nicht. Ich bin aufgeregt, weil ich fahre. Ich hab's verstanden. Und als hätte ich mit dem Umzug nicht schon genug zu tun. Ich sitze gerade in einem Autohaus. Ich glaube, ich kaufe gerade ein Auto. Ich hab echt einen Schatten. Und bevor man sein Auto in Zahlung gibt, muss man ihn erstmal waschen. Dann ist er gleich viel mehr wert. Ja. Ich glaube, das war's dann mit dem Tahoe. Die Werkstatt sagt, Reparaturkosten wissen sie noch nicht genau. Müssten sie anfangen, was auseinander zu nehmen. Gerade so Hinterachsdifferenzial und so. Verteilergetriebe hatte ich auch schon mal erwähnt. Und äh, sie reden von tausend bis dreieinhalb oder viertausend Reparaturkosten. Der hat ja nur viereinhalb gekostet für mich vor vier Jahren. Ja und deswegen, äh, gebe ich ihn vielleicht in Zahlung. Ihhh, ich mach mein Auto dreckig. Grün, lila, blau. Als hätte jemand einen Tide Pod ausgedrückt. Ja, wie gesagt, ich werde den wahrscheinlich in Zahlung geben. Und dann äh, gibt's ein anderes Auto. Und ich überlege gerade, ob ich euch das jetzt schon zeige oder ob ich damit noch ein bisschen warte. So, jetzt sitze ich schon wieder hier bei dem Händler. Und der Deal ist durch. So, willkommen in meinem neuen Auto. Ach ne, Quatsch. Ist ja der U-Haul Truck. Witzig. Ja, ich habe ein Auto gekauft. Das Problem an der Sache ist, das passt jetzt nicht zum Umzug. Deswegen mache ich jetzt erstmal mit dem Umzug weiter und mache vielleicht ein neues Video für das Auto. Und weil ich ja der König der Cliffhanger bin, müsste da wahrscheinlich noch eine Weile drauf warten. Ja, ich mache das jetzt einfach. Ich werde euch noch nicht sagen, was das ist. Müsst ihr noch ein paar Tage warten, schätze ich mal. Mal gucken, wie es mit dem Umzug weitergeht. Da habe ich erstmal genug Material für ein Video. Und deswegen geht es jetzt mit dem Umzug weiter. Und ja, ich habe ein Auto gekauft. Und ich habe den Taro in Zahlung gegeben. Ich habe den Taro in Zahlung gegeben. Da blutet mir richtig das Herz. Ist einfach fertig die Karre. Wenn man mal ganz ehrlich ist, die Karre ist richtig hinüber. und calar. Woooo, starkes erledigt flicks und alle so ich habe erzählen ich habe mir ein neues auto gekauft das ist er nicht das ist ein fort fusion ein werkstatt ersatzwagen im prinzip weil mein truck hier immer noch in der werkstatt ist und die haben noch nicht angefangen seit vier tagen haben es nicht geschafft den zu mal zu checken wegen dem reifen ob die spur verstellt ist oder der stoßdampfer oder so habe ich aber letzte woche schon angekündigt bei telefonen haben es trotzdem nicht geschafft deswegen fahre ich jetzt in firmen fort fahre ich mit dem firmen fort fort jetzt fahre ich hier in portage noch schnell in den format einkaufen und dann wieder nach hause muss ja noch auspacken damit ich auch bettwäsche finde und meine zahnbürste und so eine wichtigen sachen hat noch viel zu tun heute und irgendwann wollt ihr das haus auch mal sehen dann ist dann im moment warten ich muss erstmal einkaufen bis später diese cliffhanger aber ich finde es lustig die kommen von ganz alleine ich kann da gar nichts machen oil change required na nicht nur das sollte ich mal sagen so ich bin zu hause ich zeige euch die bude gleich also für euch gleich für mich wahrscheinlich erst morgen ich bin fix und alles ist gerade bei vier uhr nachmittags oder halb fünf oder so ich lege mich jetzt eine runde hin und heute abend packe ich vielleicht noch ein paar kisten aus kleiner kurzer sneak peek küche wohnzimmer muss erst mal reichen so 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 Musik Ich habe gerade die Tendenz immer sehr früh wach zu werden Wenn um 6.30 Uhr die Sonne aufgeht, ist ja auch nicht so schlimm Da hat man was vom Tag Ja, großer Tag heute Heute Auto abholen und zum Zahnarzt muss ich Na ja Und danach zeige ich euch das Haus versprochen Vielleicht Mahlzeit So Leute, ich bekomme Internet Gleich am ersten Tag nach dem Einzug Ich bekomme Internet Ja, und hier sieht es aus Richtig typisch für mich Der Fernseher ist noch nicht ausgepackt Küche ist noch nicht so ganz eingeräumt Aber der Computer läuft schon und das nächste Video wird editiert Ihr wollt ja auch was zu sehen haben, oder? Hallo und willkommen in meinem Haus Ich führe euch erstmal außen rum Und dann gucken wir mal innen einmal durch Doppelgarage Es ist ein bisschen windig, es tut mir leid Die Grundstücksgrenze ist im Prinzip da wo die Bäume stehen Viel viel Hier steht mal ein Schuppen Den hat der Vorbesitzer mitgenommen Ich weiß noch nicht was ich mit der Fläche mache Vielleicht gar nichts Mal sehen So, auch das hier Bis zu den Bäumen da hinten Alles meine Das Feld da drüben gehört nicht mir Zum Glück Da ist Susis Bereich Ja, hat es schon gesagt Hier werden Kartoffeln angepflanzt Das sollen hier irgendwelche Apfelbäume sein Dann werden wir dann alles sehen Wenn es anfängt zu blühen Was das dann alles ist Ich mache dann Fotos und Videos davon Und ihr müsst mir dann sagen was es ist Ich habe keine Ahnung davon Richtig viel Beet und Garten Hier stand mein Pool Hier gibt es noch eine extra Einzelgarage Keine Ahnung ob ich die brauche Da steht momentan ein Snowblower drin Ansonsten ist die Garage leer Hier hinten ist dann ein Grundstücksgrenzer Hey, hier hat jemand die Tür aufgelassen Hallo, ist da jemand? Schub Ja, hier ist dann Schluss Schade, dass es jetzt so windig ist Aber normalerweise ohne Wind hier ist es komplett still Also Windstill Richtig still Man hört hier gar nichts Das ist der Hammer Ein kleines Wäldchen Das Wäldchen gehört mir nicht Aber ist im Sommer bestimmt auch schön Hier ist noch eine zweite Auffahrt Die gehört auch zu mir Da kann ich dann immer den Truck schön parken Da kann ich dann immer den Truck schön parken Ja, ist vielleicht ein bisschen groß für uns zwei Oder für uns drei Aber hey, warum nicht? Warum nicht? Nachbarn habe ich noch nicht persönlich kennengelernt War bis jetzt aber auch abends mal Licht aus Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt einer wohnt Das ist doch schön, oder? Lässt sich leben Wie gesagt, die zweite Auffahrt Weil eine Auffahrt alleine ist mir nicht genug So sieht's aus Da muss man eine ganze Weile laufen Wenn man ja einmal rund rumlaufen will Und das ist die zweite Auffahrt Die Hauptauffahrt zum Haus So, dann gehen wir mal rein So, da das jetzt zeitlich alles ein bisschen durcheinander gekommen ist Ich bin jetzt schon ein paar Tage hier Hatte noch nicht so richtig Zeit und Lust Eine Führung zu machen, Videos zu machen Ja, und draußen steht ein Auto Von dem zeige ich euch erst im nächsten Video was Sonst wird das hier zu viel Deswegen ist die Garagentür jetzt noch zu Normalerweise parkt der hier so Und dann habe ich hier meinen Fuhrpark stehen Rasenmäher Traktor Habe ich auch schon mal probiert Fährt einwandfrei Ja, große Doppelgarage Nicht so richtig beheizt Das Ding da ist ein Heizstrahler Aber wenn ich den einstöpse Das ist ein Kraftstromstecker Dann geht wahrscheinlich hier rund um das Licht aus Also bin ich mir noch nicht so sicher Ob ich das so gut finde Im Winter wird es hier richtig kalt Die ist halt absolut nicht isoliert Als ich hier war Im Januar glaube ich Waren hier genauso minus 20 Grad Wie draußen Ich überlege noch, ob ich das isoliere Aber es ist ein ganz schöner Aufwand Ja, wie man sehen kann Eingang ist einmal da Und dann geht es hier ein paar Treppen hoch Und da rein Und da gehen wir jetzt mal hin Ich laufe hier mit so einem olden Selfie Stick durch mein Haus Dann ist hier ein kleiner Flur Und hier links geht es zur Küche Da draußen steht mein Auto Muss ich aufpassen, dass ich das jetzt nicht filme Sonst ist die Überraschung weg Ja, hier habe ich momentan die letzten Tage Meine Videos geschnitten Ich hätte es auch im Büro machen können Weil ich ja jetzt in Zukunft ein Büro habe Finde ich lustig Aber, weiß nicht Ich habe angefangen hier so zu sitzen Also lasse ich das auch erstmal so Dann geht es hier zum Wohnzimmer Ist schon perfekt männlich eingerichtet Mehr brauchte man nicht Hier ist so eine Weiß nicht Das ist so ein Einbauschrank 70er Jahre Style Wahrscheinlich für Schallplatten oder sowas hier gewesen Keine Ahnung Wir wissen ja schon einige Sachen Die wir ein bisschen ändern wollen Aber bei dem Ding bin ich mir noch nicht so ganz sicher Wenn man das rausreißt Eigentlich ist das alles in einem sehr guten Zustand Auch hier so ein Einbauschränkchen Mit einer Küche Das Holz hier Das ist alles noch richtig top in Schuss Wäre glaube ich schade Wenn man das einfach so rausreißt So, jetzt geht es hier zum Flur Wie gesagt Da steht dann das Auto Die Autos, was auch immer Hier ist nochmal ein Schrank Für die Winterklamotten Jetzt hier in einen langen Flur Hier rechts ist dann mein zukünftiges Büro Wer sagt einer YouTube Zimmer Das wird einfach mal ein Büro Vermutlich mit einer anderen Farbe Hier links sind jeweils immer Einbauschränke Die sind leider leer Toilette mit Badewanne Nichts besonderes Auch in gutem Zustand alles noch Hier ist nochmal ein Schrank Das ist wahrscheinlich so eine Art Schlafzimmer Hier haben wir auch schon Vorstellungen was das wird Rechts auch nochmal so ein Einbauschrank Da ist unser Schlafzimmer Das große kann ich jetzt noch nicht so zeigen Da sieht es ein bisschen mühlich aus gerade Weil ich immer noch am auspacken bin Wie man sieht Ich habe ja hier auch immer noch überall was rumstehen So und dann gibt es noch diese ominöse Tür Und diese ominöse Tür Führt in den Keller Willkommen in unserem Spieleparadies Weil das hier ist auch ein komplett ausgebauter Keller Mit Kamin funktionierend Eine kleine Bar Das ist wohl eines der ersten Dinge Die hier verschwinden wird Die Stühle Da hat schon die Maklerin gefragt Ob sie die abkaufen kann Da muss dann mal mein Vibe sagen Ob wir die haben wollen oder nicht Ich brauche sie nicht Ja und das hier Wird dann eventuell Und alles klappt wie wir uns das vorstellen Ein kleines Kino Kleines Heimkino Bin mir auch nicht so ganz sicher Ob wir dann eine Leinwand machen Die da aus der Decke herab gelassen werden kann Oder hier die Wand nutzen Auf jeden Fall machen wir uns hier ein schönes kleines Heimkino draus So dann gibt es hier auch nochmal ein Zimmer Das wird dann höchstwahrscheinlich das Gästezimmer Auch hier wieder diese typischen Einbauschränke Mit Farbe sogar Vorbesitzer hat so ziemlich alles ausgeräumt was geht Drei Feuerlöscher sind übrig geblieben Ich weiß nicht ob er die vergessen hat So ein Stuhl hier mit dem hatte ich nicht gerechnet Brauche ich aber auch nicht unbedingt Keine Ahnung was das hier werden soll Ich brauche hier keine Schreibtisch Ecke Nochmal ein Schrank Hier nochmal eine kleine Toilette mit Dusche Und ganz spannend Mit Rotlicht Ich drehe schon wieder durch Die Waschküche Hier haben wir eine Waschmaschine und einen Trockner Wasseranschluss Eine Gefriertruhe Und hier sind dann eine Wasserpumpe Ein Warmwassertank Und ein Weichmacher Wasserweichmacher Wie sagt man denn? Ein Water Conditioner System ist das Weil das Wasser hier ziemlich hart ist Kann man das damit weich machen Und hier geht es dann wieder zurück Zur Garage Wenn man möchte kann man hier auch raus gehen Und dann sind wir wieder in der Garage Von hier aus gibt es dann auch einen Weg Ui auf die Terrasse Ist denn das so windig heute? Es spukt Mami Mami es spukt Von hier aus habe ich ja schon mal ein Bild gepostet Bei Instagram Das ist übrigens eine Wäscheleine Falls ihr euch wundert was das sein soll Kann man hier Wäsche aufhängen Und dann kann man die so Und mein kleines Reich Hier stehe ich dann morgens immer wie so ein König Das ist das Haus vom Nikolaus Und nebenan wohnt der Weihnachtsmann Und wenn dann hier erstmal so 20 Hunde rumtollen und rumspielen Ach wird das schön Gut Das soll es gewesen sein Ich habe noch viel zu tun Ich muss morgen wieder raus Morgen geht es nach Iowa Ihr merkt da fehlt so ein bisschen Optimismus in der Stimme Ich habe nämlich gar keine Lust schon wieder loszufahren Ich möchte gerne ein bisschen im Haus bleiben Aber Naja Morgen geht es nach Iowa Und wie es dann weiter geht weiß ich noch nicht Die Videos werden dann wieder auf Mirko auf Achse kommen Beziehungsweise jetzt die Woche werde ich erstmal keine Videos machen beim Fahren Ähm Ich muss mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen ins Fahren Ins reinfuchsen irgendwie Und ich weiß nicht ob ich da großartig Videos mache Na gut Ja das soll es gewesen sein von diesem Einführungsvideo von dem Häuschen Das nächste Video Da zeige ich euch dann das Auto Ja und dann weiß ich auch noch nicht wie es weiter geht Lasst mir ein Abo da Falls ihr das nicht schon gemacht habt Hab ich doch im Keller wieder vergessen Licht auszumachen Es wird weiter hier Videos geben Was das Haus betrifft Hier auf unser Haus in Kanada Oh ist ja wirklich alles offen hier Also Da muss man aber noch dran üben Ja in diesem Sinne Bis zum nächsten Video Vielen Dank fürs zugucken Ciao tschüss Und du bleibst unten Hau Bauch Vielen Dank.